Hallo, ihr kennt das sicher alle, ihr geht von Freunden abends nach Hause und ihr sagt noch, ich gebe Bescheid, wenn ich zu Hause ankomme. Ja, mit dem neuen iOS 17 könnt ihr das jetzt euer iPhone erledigen lassen, und zwar mit der Wegbegleitung. Und das ist sicherlich auch interessant für Eltern und ihre Kinder, damit man da weiß, dass die Kinder sicher irgendwo angekommen sind. Ja, und was ich da für Möglichkeiten habe und wie es funktioniert, das seht ihr jetzt in dem Video. Hallo und willkommen bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und wir schauen uns heute immer eine Möglichkeit des frisch rausgekommenen iOS 17 an, nämlich die Wegbegleitung. Ja, und mit der könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn Freunde irgendwo an einem Ort ankommen, oder ihr könnt auch anderen die Möglichkeit geben. Was braucht ihr dafür? Nun, das Ganze läuft über die Nachrichten-App, funktioniert aber nur mit iMessages. Sprich, ihr benötigt iOS 17 und natürlich auch der, dem ihr die Wegbegleitung antragt, sprich der, der über euren Weg informiert werden soll, der braucht auch iOS 17. Wie es funktioniert, ist ganz einfach, das schauen wir uns gleich mal an. Ich habe hier mein iPhone und das habe ich mal am Computer angeschlossen, da habe ich euch das Bild übertragen. Und zwar geht ihr einfach in die Nachrichten-App und dort sucht ihr euch dann die Person aus. Ich nehme hier mal meinen Kollegen Aaron und jetzt nehmen wir mal an, ich bin bei ihm zu Hause und sage, ich gehe jetzt heim. Und ich will ihn jetzt dann darüber informieren, wenn ich zu Hause ankomme. Dann klickt ihr hier unten einfach auf das Plus, nehmt mehr und da findet ihr die Wegbegleitung. In der englischen Version Check-in. So, und da bekommt ihr schon mal eine Beschreibung, die könnt ihr euch durchlesen. Und ich gehe jetzt hier auf Fortfahren. So, das iPhone protokolliert deinen Fortschritt. Auch da bekommt ihr noch mal eine Erklärung dazu. Wir gehen hier auch auf Fortfahren. Und jetzt könnt ihr euch hier zwei Methoden auswählen, welche Daten ihr übertragen wollt. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr eine beschränkte Datenübertragung vornehmt. Das heißt, es wird nur der aktuelle Standort übertragen und der Zustand eurer Batterie. Das heißt, falls bei eurem iPhone die Batterie ausgehen sollte, dann sieht das der andere auch. Dann weiß er, aha, ich kriege jetzt keine Nachricht, weil um Andi die Batterie ausgegangen ist, der keinen Saft mehr hatte. Ja, das ist das Beschränkte. Und letztendlich kommt natürlich eine Meldung, wenn ich an meinem Zielort, was ja oft zu Hause ist, angekommen bin. Und dann gibt es die vollständige Datenübertragung. Da werden eben die Daten, die auch beschränkt übertragen werden, mitgenommen. Plus meine zurückgelegte Route und Orte, an denen ich mit dem iPhone zuletzt aktiv war. Das heißt, dann kann derjenige, der die Wegbegleitung macht, auch nachvollziehen, welche Route ich gefahren oder gegangen bin. Ja, sucht euch also aus, was ihr machen wollt, wenn einfach nur eine Nachricht gesendet werden soll. Ich bin zu Hause angekommen, reicht beschränkt. Wenn ihr zum Beispiel, ja das ist gerade bei Kindern häufig der Fall, nachvollziehen wollt, wo gehen sie denn lang, welche Strecke nehmen sie denn. Oder ist es vielleicht auch eine längere Reise, dann kann es interessant sein, wenn ihr vollständig nehmt. So, ich nehme vollständig und gehe auf Fortfahren. So, dann seht ihr hier nochmal die Zusammenfassung, wann Benachrichtigungen gesendet werden. Übrigens, es werden auch Benachrichtigungen gesendet, wenn ich mich verspäte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, eine längere Strecke und jetzt stehe ich im Stau und komme nicht voran, dann registriert das mein iPhone und bringt mir eine Meldung am Bildschirm. Und wenn ich auf diese Meldung nicht reagiere, dann wird dem anderen eine Nachricht gesendet, dass ich jetzt gerade am selben Ort bin. Ja, ihr weiß natürlich nicht warum, aber ihr weiß, dass ich mich jetzt seit mehreren Minuten fix an dem selben Ort aufhalte. Ja, und jetzt müssten wir einfach nur noch die Anfrage für die Wegbegleitung senden und die muss man gegenüber, also daran, auch annehmen. Und ihr seht, das geht ganz normal per Nachricht, Wegbegleitung. Und ich muss das Ganze hier noch abschicken und ihr seht, Wegbegleitung nach Hause. Und das kann ich jetzt hier noch bearbeiten, wenn ich nämlich einen anderen Ort will, dann tippt ihr einfach auf Bearbeiten. Und hier könnt ihr jetzt sagen, man soll bei der Ankunft oder nach einer gewissen Zeit informiert werden. Dann, wie bewege ich mich an den Ort, fahren, öffentliche Verkehrsmittel, gehen und hier kann ich ändern, wo ich hin möchte. Da tippe ich hier einfach auf Ändern und jetzt kann ich hier oben unter Suchen ganz normal einen Ort eingeben. Ja, ich nehme jetzt einfach mal München Hauptbahnhof. So, und dann könnt ihr noch festlegen, ihr seht, der hat den Ort jetzt gewählt, den Radius, wann mein Gegenüber informiert werden soll. Und standardmäßig habe ich einen kleinen Radius, also ich muss schon sehr nahe an dem Ort sein, dass mein iPhone die Übermittlung sendet. Ich kann aber auch sagen, einfach ein größerer Radius, dann, wenn ich in den Großraum komme, bekommt der andere schon die Nachricht. Ja, ich lasse klein, dass es möglichst genau bleibt. Und tippe jetzt auf Fertig. Und nochmal auf Fertig. Wir haben alles eingestellt. Ich fahre, Ort ist eingestellt. Und nur noch, falls ihr wisst, der Zug hat von Haus aus schon 20 Minuten Verspätung. Wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt oder auch, ihr wisst schon, ihr legt eine Pause ein oder so, könnt ihr hier die Zeit anpassen. Bei mir sagt er jetzt, ich brauche zwei Stunden, fünf Minuten. Dann kann ich hier auf Zeit anpassen und kann zum Beispiel mal von Haus aus 30 Minuten hinzufügen, weil ich zum Beispiel noch eine Pause einlegen werde, weil ich das schon weiß. So, dann auf Fertig. Und nicht vergessen, wir haben jetzt alles eingestellt. Wir müssen das Ganze hier noch senden. Ja, und jetzt wird das Ganze an meinen Kollegen Aaron übermittelt und der muss das jetzt nur noch akzeptieren. Und dann sendet mein iPhone die Daten, die ich eingestellt habe und benachrichtigt ihn über meine Wegstrecke und wenn ich am Ziel angekommen bin. Ja, und wenn ihr noch das während der Wegbegleitung ändern möchtet oder auch die Wegbegleitung abbrechen möchtet, dann geht einfach wieder in die Nachrichten, geht hier in Details. Und hier seht ihr nochmal, wer benachrichtigt wird, welche Informationen, Ankunftszeit und ihr könnt hier die Wegbegleitung auch jederzeit beenden und abbrechen. Das mache ich natürlich nicht. Also, Aaron bekommt hier die Nachricht, wenn ich angekommen bin. Und bevor ich euch zeige, wie das Ganze jetzt andersrum aussieht, also wenn Aaron quasi heimgeht und mir diese Benachrichtigung schicken möchte, wie das dann bei mir aussieht, da möchte ich euch vorher noch einmal auf unser neues Buch für iOS 17 hinweisen, das jetzt in wenigen Tagen erscheinen wird. Und da habt ihr natürlich alle Neuerungen zu iOS 17 mit drinnen vermerkt. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen über die Möglichkeiten, die euch da jetzt geboten werden. Ihr findet das Ganze wie immer unter www.bildnerverlag.de Und die alten Hasen kennen es, ihr könnt das Buch auch gewinnen. Einfach einen Kommentar unter einem unserer Videos dalassen und schon nehmt ihr an der wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. Ja, und damit wir auch weiterhin so kostenlose Tutorials für euch machen können, wäre es nett, wenn ihr uns unterstützt. Entweder durch ein Abo, aber natürlich hilft es uns am meisten, wenn ihr euch für eins unserer Bücher aus unserem Webshop entscheidet. Ja, für alle, die uns schon unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze eigentlich aussieht, wenn ich jemanden quasi begleite auf seinem Weg. So, ihr seht, jetzt hat mich Aaron um die Wegbegleitung gebeten und ich muss das noch akzeptieren. Ja, er würde jetzt um 13.10 Uhr zu Hause ankommen und ich bestätige das Ganze jetzt hier mit OK. So, jetzt kommt hier noch die Nachricht, dass mir Wegbegleitung kritische Hinweise senden möchten, die also auch auf meinem Sperrbildschirm auftauchen. Und das erlaube ich natürlich, weil sonst würde ich ja diese Hinweise nicht sehen. Ja, und jetzt kriege ich die Nachricht, wenn Aaron zu Hause ankommt. Ja, und das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir schicken jetzt Aaron nicht heim. Und ihr seht hier bei mir, ihr bekommt auch eine Nachricht, wenn die Wegbegleitung vorzeitig beendet wird. Dann kommt diese Nachricht hier, ihr seht eigentlich, die Wegbegleitung beendet. Aber genauso bekommt ihr auch die Nachricht, wenn Aaron jetzt sicher zu Hause angekommen ist. Oder wenn er sich verspätet, dann bekommt ihr jetzt hier auch eine Nachricht. Ja, wie eine ganz normale Message eben, die in der Nachrichten-App vorkommt. Ja, wie findet ihr das Ganze praktisch? Nehmt ihr das auch her? Lasst es mich wissen und schreibt es doch in die Kommentare. Ja, und wenn euch die Neuerungen von iOS 17 interessieren, dann schaut doch in unsere Playlist, die ich euch hier mal verlinke. Da findet ihr dann auch die Videos zu den ganzen Neuerungen in iOS 17. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch zusammen hier bei BildnerTV. Bis dann. Ciao.